Wie heißen Sie? Wir haben ein Casting. Wie heißen Sie? Laura. Was sind Ihre Hobbys? Rathorn und Schwimmeln. Frau Julia, wie heißen Sie? Julia. Was sind Ihre Hobbys? Rathorn und Schwimmeln. Maxi. Und ich fliege. Fliege. Fliege wie ein Flieger. Ich bin so stark. Was ist Maxi? Mama. Nein, nein, nein.